hallo und herzlich willkommen so wie tanks die zweite folge wir gehen weiterhin in die kampagne haben schon acht prozent abgeschlossen fortsetzen und jetzt steigen wir bei stufe 30 eigentlich schon noch schnell ca 100 speicherpunkte gibt es oder 100 level das heißt wir haben 30 prozent geschafft und damit starten wir könnten glaube ich auch als spieler zwei starten dann hätte man eine grüne farbe aber hatten wir nicht in der letzten runde schon die grüne farbe oder täusche ich mich orange panther die haben neues film mit mehr action mit mehr blas instrumenten holzblas instrumenten würde ich fast sagen kriegt den hier über bande ich darf nicht so schnell schießen ah okay die habe ich schon zerstört jetzt erinnere ich mich wieder dran ich komme nämlich sehr bekannt vor ja nicht so schnell schießen bisschen warten wo jetzt schön ausweichen und immer ein bisschen stoff ein bisschen streue streu feuer ja ich glaube aber hier sind wir okay das habe ich glaube ich auch gespielt hier ja das kommt mir bekannt vor die geister panzer sind zurück mit ihren weißbrot und das weißbrot können sie gerne selber behalten kam noch ein schuss von mir an das auch noch mal ein weißer panzer den fast übersehen weiße fährt hier hoch dann versuche ich den mal auszuschalten fährt in die ecke gute taktik jetzt wäre es cool wenn ich ihn recht zur mine gedrängt hätte das wäre strategisch sehr wichtig hat er lebt noch vorsichtig schießen denn die schüsse kommen schnell wieder zurück und der weiß ist dahinten auch gott versteckt ich doch nicht so sehr ich bringe jetzt ich springe auch das frei wo ist er da unten ist er habe ich ein bisschen gefettfänger die mine wo ist er wo ist er da unten ist er die scheiß schatten er ist bestimmt auch ein schatten parker wie ich mir vorstellen kann na kampf mine ich glaube die mine hat entschienen die mauer ja stimmt das haben wir auf jeden fall gespielt ich werde auf jeden fall nicht den minenwurf doch werde ich glaube ich verwenden wie macht man das vor dem muss ich mich verstecken ja weil der nämlich jetzt das öffnet ok gehen wir erst nach unten und spielen dann hier auf längere distanz ja ich glaube dass der beste plan hier oben bin ich hilflos ausgeliefert warum schießt er jetzt schon hat der dings ab prallert oder hat er ja der hat ab prallert aber auch nicht so viel ist ein bisschen merkwürdig oh gott die mine hätte ich fast übersehen da kommen die sprengen munition ich habe da hinten jemanden eliminiert und jetzt muss in den nahkampf ja 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 oh double kill geil oh gott so viel action hatte ich bis jetzt noch nicht heute oder hatte ich schon so viel action ich habe heute milchnudeln das erste mal selber gemacht und die haben nicht so lecker geschmeckt weshalb ich jetzt nicht so gesättigt bin nach meinem branch ja ich habe gebrannt zwischen frühstück und mittag habe ich mir eine hauptmahlzeit genehmigt da haben wir den raketen jochen der raketen jochen dessen schwäche es ist dass er sich nicht bewegt gut macht die mine explodierte ok speedrun nein auch kittstil nicht kittstil jetzt haben wir den schon vernichtet ich wünschte ich würde sehen wie viele leben ich noch habe ich glaube da sollten nur noch ein bis zwei übrig sein gut das war der multi schusspanzer ja genau der dreier würde ich fast sagen der gelbe dreier ja hätte ich ein bisschen anwinken können die schüsse mich ungefähr so hier ja so genau und von hinten wäre noch einer gekommen was ein bisschen sinn ergibt bei einem dreier oh nein ich habe wieder nicht auf meine leben geschaut wir gehen nach rechts ich spreng mir hier schon mal ein bisschen platz frei oh das war sehr gut jetzt lege ich hier noch eine mine nein ach kacke zwei leben haben wir noch ja das ist machbar ich weiß noch nicht wie ich den jetzt angehen soll wahrscheinlich auf richtig lange distanz oder erst mal ein bisschen stallen das wäre auch glaube ich eine gute idee oh nein der hat mir in meine mine geschossen der drecksack oh ja ich habe ihn schon ein leben abgezogen also dass er noch ein zusätzliches leben hat macht den ja sowas von schwierig den ekligen aber gut ich habe sie jetzt in eine ecke zwingen können und jetzt auf einem offenen gelände kann ich ihn ausschalten der dreimal panzer nein und da kommt das explosivgeschoss okay super ich bin schon mal ein ticken weiter gut dass das zerstört hast kollege ja wie dein leben abgezogen ja und seine schüsse fressen meine schüsse das ist mies nicht nur dass die dass ich seine schüsse nicht kontern kann nein er negiert auch meine schüsse okay wir haben zwei gelbe und blaue was war denn von dem blauen noch mal die die schwierigkeit ich verstecke mich mal hier hinten tolle tollen ost haben sie da zusammen gebastelt und ich habe mal durch zufall auf youtube den kanal gefunden zu we tanks zu den entwicklern und da habe ich gesehen es gibt ein sommer event was zeitlich begrenzt ist sauber und das sah ganz spaßig aus da gab es so sommersachen surfbretts beachbälle ein bisschen strand und 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 das sah ganz spaßig aus aber ich glaube das ist nur so ein challenge besonderer modi leute sauber und ihn noch oben nein okay der feuert die raketen ab okay der war mies damit muss ich mehr spielen also links und rechts und dann in der mitte schießen irgendwie irgendeiner von meinen youtuber oh gott die flankenpanzer du die du lieren sich freunde geil das ist ein cooles feature also das freunde okay ich muss mich ja durch buddeln und zwar so dass den raketenpanzer vernichten kann ja okay stark also dass es noch verbündete gibt das macht alles so viel besser ja oh gott aber das macht alles noch so viel chaotischer ich weiß nicht ob ich dafür bereit bin hätte ich gut zum brand speisen müssen damit ich für sowas bereit bin okay ab in den nahkampf ja sauber schon ein bisschen prefiled würde ich fast sagen regenwald mit bäumen ohne ihn das macht alles noch viel chaotischer oh ja paar tolle musikinstrumente und die tollen lego bäume und ein da kommt er der speedrun-panzer der speedrun-panzer mit den raketen nein okay kann ich die bäume zerstören aber ich habe keine zeit mir zu überlegen ob ich die bäume zerstören kann ich brauche mal ein paar kill kills weil ich sonst überrannt werde komme ich da runter nee oder doch nee das gehört nicht zur map kacke da habe ich voll scheiße geämmt okay ich gehe in den nahkampf sauber jetzt den schnellen spritzer hohoho gut gekontert nein und da haben sie von unten geschossen ich habe doch gedacht ich schaffe wenigstens die ersten zehn level damit ich einen neuen wiedereinstieg bekommen aber es ist doch schwieriger als gedacht oder ich performe nicht so gut ich hole mir jetzt erstmal den da hinten so jetzt muss hier ein bisschen kontern und ich zwinge sie hier in den rückzug da kommt der schnelle wieder ja schöne salve jetzt noch kurz meinen schuss abwarten und ihn zum rückzug zwingen wie konnte ich seine kollegen eigentlich eliminieren ich weiß gar nicht wie ich ihn jetzt ausschalten soll aber nein die ganzen ich probiere erstmal aus ob ich die bäume zerstören kann kann ich nicht okay darauf habe ich absolut keine lust ich weiß nicht wie ich den jetzt ausschalten soll bei seinen ganzen hindernissen ich müsste ihn im offenen feld besiegen aber er weicht doch immer aus er ist voll der fernkämpfer der drecksack hässliche drecksack jetzt kommt der nahe in den nahe kampf baumstämme aber ich muss mein bestes geben damit ich den boss noch besiegen kann ich glaube nee der boss kommt immer alle 15 level baumstämme ja ich wünsche ich hätte beide zerstört dann hätte ich noch ein bisschen mehr platz bisschen weniger chaos ja ich spiele hier unten das ist wesentlich besser jetzt hier eine kleine salve ja kurz noch warten jetzt wieder voll auf den winkel gehen ja sauber gut den kann jetzt easy peasy auseinander nehmen ja schön jetzt noch ihn auseinander nehmen ein bisschen aufpassen weil die baumstämme die sicht versperren das wird das feature sein dieser map so vielleicht okay er weicht immer vor mir aus das heißt ich muss ihn irgendwie im nahe kampf besiegen so nämlich ja schön zerstört die grenze oh erst die mauer dann die grenze schwarze panzer nein okay ich muss mich auf eine flanke konzentrieren oh ich glaube das schwierigste an der karte ist einfach dass ich selber mich mich killen kann wenn ich nicht aufpasse oh gott mine scheiß mine oh er wurde überfahren er wurde überfahren nimm das yeah die panzer sind bestimmt da hinten gespawnt ja jetzt kommen sie raus oh das war ein tolles feature wie so jungtiere die sich hinter ihrer mama verstecken oder wie so mäuse sag ich mal oder andere nager die aus ihrer höhle raus gucken puh okay das sieht doch schon ganz gut aus wenn der typ mich jetzt nicht rusht oh sauber oh erst nochmal kurz durchatmen stufe 41 ich hab ein reserve panzer ich hab ein reserve spawn punkt das heißt ich müsste jetzt eigentlich einen praktischen taktischen rückzieher machen und verlieren damit ich wieder mit neuen leben spawnen kann oh nein tnt ich bin hier unten okay explodiert das ja es explodiert okay dann okay ziemlich genial was ihr für tolle features hier überall habt oh die explosion hat mich zurückgeworfen nein oh shit ein leben haben wir noch ähm ja ich würde sagen ich gehe gleich nach links wo ich bevor mich irgendjemand nervt mit dem tnt zerstöre ich lieber alles so den nehme ich mit der gelbe ist auch weg weil das tnt zerstört wurde der schwarze panzer hat seine rüstung verloren der schwarze ritter nein nein oh da habe ich kurz gefett fingert yeah und er wurde nach hinten gestoßen geil und er ist jetzt auch geschichte zack hu ich wünsche das hätte ich beim ersten mal geschafft durchgehen wo bin ich denn hier grüne und gelbe warte mal die blauen die waren auch eklig gell das waren die raketen fuzzis ja die ja die blauen waren die verbesserten grünen nur ohne abpraller ja ich glaube so hat es funktioniert ok ihr verschiebt euch und hier gehe ich in den Nahkampf oh 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 ich bin ausgewichen den gelben noch yeah den gelben noch schönes Ding ähm wenn die Mine noch explodieren würde das wäre fett ja jetzt baue ich mir hier meinen Weg frei und dann schnappe ich mir die restlichen Panzer da unten noch zum Glück haben die sich eingekesselt nein ok dann wie mache ich das den roten oh jetzt juckt meine Nase oh oh oder mein Oberlippen nicht vorhandener Oberlippenbart oh hu komm her yeah und jetzt kann ich mir erstmal die Nase jucken oh puh oh wo bin ich denn ich bin hier wir haben Verbündete geil mit einer fetzigen Musik ich mache für uns frei und dann schnappen wir uns die im Nahkampf ok lila Kollege ja den Hammer und ich kann auch nach oben gehen das ist stark ah der hat sich auch den Weg frei gebahnt nein ah da oben hat jemand eine Mine gelegt ah ok aber das Schlimmste ist wirklich die Tageszeit das Chaos steht an einer anderen Stelle aber die Tageszeit ist ja mal super eklig hm ja ich gehe mal nach oben oben sieht es ein bisschen besser aus oh wunderschön oh rette Soldat Gary geil ach das ist bestimmt eine Anspielung an save private Ryan ah hinter den Brücken gibt es auf jeden Fall was ekliges aber das die haben doch da nicht nur die zwei Panzer da versteckt sondern noch irgendeine andere Scheiße gemacht oh oh sauber ich frage mich ob Minen Projektile verschwinden lassen können ok jetzt muss ich erstmal ach shit gibt es hier Abraller ne es gibt keine Abraller das heißt es kann nur ein bisschen aggressiver vorgehen ja bloß nicht so spielen genau oh sexy den Schuss habe ich gar nicht gesehen stell dir dich deinen Ängsten oh nein aber das sieht doch gar nicht so schlimmer aus ja das ist doch gar nichts hä warum schießt denn der noch nicht oh warum schießt denn der noch nicht kommt jetzt noch irgendwie im Bonus ich bin mal ein bisschen vorsichtig ich schnapp mir den hier unten also ich hätte wirklich damit gerechnet dass der jetzt schon schießen wird ich vorsichtig oh ja und los geht's yeah haha nur grad nur das Mindeste an Munition rausgeballert damit man noch was auf Reserve hat oh nein bin ich hier in Minecraft oder was yeah oh Gott der hat noch ne Mine gelegt der Märtyrer bam 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 okay der Schwarze mein Erzfeind ist wieder da der andere Schwarze ich hab keine Munition mehr weil meine Schüsse noch so weit fliegen das ist ja mies da muss ich vorsichtig sein da muss ich Munition sparen sauber ich hab oben irgendwo jemanden zerstört zack zack ja war ein bisschen langweilig die Runde schloss des Königs oh nein oh nein oh das ist auch ziemlich close quarter sauber den hab ich den blauen noch den blauen noch nein gut ausgewichen ja sauber ja das klingt doch gut nein ah ah tryhard drei Leute muss zerstören der gelbe die da oben wär schön wenn der blau als erstes stirbt weil seine schnellere Munition die ist wirklich sehr eklig oh geil schade ich dachte ich kann hier von dem Dings noch was mitnehmen von der Panzerung ich weiß auf jeden Fall wie ich den Schwarzen bekämpfen muss und zwar immer mal reinschauen und was abfeuern nicht zu lange stehen bleiben weil die Munition wird dann da hinten einschlagen und dann bin ich ausgeliefert so jetzt erwarte ich dass er abhaut oder ich kann den hier mal machen ja ich kann ihn in den Rückzug zwingen ja das ist gut und jetzt auf lange Distanz ausschalten bing 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 baa haha schön Raketenverteidiger oh nein nicht die grünen oh nee hier ist ein Spezialer oh ohne Abpraller oh yeah oh stark Artillerie aber Artillerie bekämpft man am besten wenn man in den Nahkampf geht meine Freunde aber der hat bestimmt noch was in der Hinterhand oh Rocket Tank für den Kartnerie da mal freigeschaltet oh rot ähm der kann doch hier irgendwas zerstören oder? der Raketenkönig der Raketenkönig muss ich jetzt die nächsten 10 Level nochmal spielen? oh shit ja das Aufleveln das ist ein bisschen unbedeutend Schauen wir mal wo wir rauskommen Speichelpunkt fortsetzen nein ich muss alles nochmal spielen weil ich bei der letzten Mission gescheitert bin Mission 49 Raketenverteidiger ich hab 4 Leben glaube ich huh und letztes Mal ah hab ich hier ordentlich auf die Fresse bekommen weil die Rakete weil der hat auch noch eine andere Raketen Modus äh Waffe irgendwie nicht nur die Artillerie sondern auch was schneller schießt ach scheiß Explosionsradius ah das war mein fünftes Leben ich brauch doch noch so viele für den Bosskampf den Bosskampf muss ich dann wirklich One-Hit schaffen weil ich nicht mehr Leben habe ja da haben wir eine Rakete gesehen von ihm oh mein Gott ich dachte seine KI wäre besser huh der Raketenkönig im Lavasee das heißt ich werde nicht in den Nahkampf gehen ich werde schön in den Fährkampf gehen ja da sehen wir seine Raketen oh nein der zerstört sogar das durch die Artilleriegranaten verstehe oh Gott und die Musik ändert sich auch noch das ist ja ziemlich cool ich muss ihn in die Ecke drängen ich kann ihn ja so ein bisschen oh nein ich kann ihn ja so ein bisschen dirigieren wo ich ihn haben möchte oh shit oh es wäre so geil wenn ich den jetzt beim ersten Versuch treffen schaffen würde gute Treffer nein oh shit ah er 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 bleibt beschädigt oh mein Gott ja das ist jetzt ein bisschen das ruiniert ein bisschen die Stimmung aber ich meine die Action die bleibt ja trotzdem ja schön in der genau schön in den Nahkampf denn dann ist meine Feuerrate um einiges höher weil die Schüssel dann gleich wieder verschwinden und ich kann neue geben Level 51 jetzt gibt es was Neues ich muss auf jeden Fall die stationären Panzer ausschalten denn die werden mich schon sehr schnell sehr stark stören oh nein das TNT zerstört meine ganze Deckung der da hinten kriegt das meine auf die Fresse jetzt der in den Nahkampf können auch ein bisschen Fernkampf machen ich hoffe meine Munition ist bald wieder verfügbar ja in die Ecke drängen und er stand auch fast in der Ecke Säulen der Zerstörung jetzt das 1v1 ich glaube in die Ecke drängen das ist wieder eine gute Taktik wir können aber auch in den Nahkampf gehen mein schwarzer Kollege oh nein wenn mein Schuss ein bisschen schneller gewesen wäre warte mal ich hab's geschafft hör lol heilt der die? nee der gibt ein Schild das ist so ein Supporter der hat auch gar keine Kanone wie geil ist das denn? Gameplay ja ich kann aber das Schild beschädigen okay die sind also nicht unverwundbar interessant interessant geil es ist so eine schöne Vielfalt muss ich sagen so viel Taktik die man verwenden muss geil und der Raketenjochen der kriegt jetzt erstmal einen auf die Fresse ja passenderweise wisst ihr auch warum ich den Raketenjochen so mag? wegen seinen Abprallern die klingen schön wie wenn man auf so einen hohlen Holzblock schlägt ich hoffe das konnte man ein bisschen hören ah ich bin hier unten okay oh nein jetzt weiß ich warum ich hier unten bin ich muss ausbrechen ausbrechen aus meinem Kork Holzgefängnis ähm ja ich schnapp mir mal eine Seite oh kein Explosionsradius okay bloß wenigstens den jawohl gut und den anderen auch noch schön oh die Explosionen geil so kommst du jetzt in den Nahkampf? ja er kommt zu mir aha die Minen würde ich auch gerne öfter verwenden aber die sind so so strategisch ja schön wieder zurück rückwärtsgang rein und jetzt in den Nahkampf jetzt können wir ihn in die Ecke drängen yeah und da wären die Abprallern in seinen Arsch gekommen das Hängenversteck ui sehr dystopisch hier da oben sind wahrscheinlich Panzer drin hier kann ich jetzt mit Bande spielen zack jawohl oh nein ein schwarzer uuuh gut kurzer Chaos Moment und jetzt ein bisschen ah da oben oh da oben ist ein Dings ein schwerer Explosionspanzer mit der Rössi würde ich sagen gut den zu holen wird jetzt ein bisschen schwieriger oh sagte er und hat ihn bei mir okay das Hängenversteck ach toll das ist ja jetzt langweilig ach Mist ähm was hat denn was hat denn der oben eigentlich überhaupt hat wahrscheinlich gar keine Deckung nur ich gegen ihn aber dadurch dass es jetzt in der Open World ist oh da kommt der Schuss von rechts ist es einfach den zu holen ich glaube das sind sogar zwei der ist hier rechts so muss ein bisschen auf gut Glück schießen jetzt kann ich ein bisschen erahnen und er ist Geschichte schön da habe ich gar nicht die Treffer gehört rotbraune Panzerreichweite sind das Raketenfuzzis ich mache jetzt mal den hier oder haben die die Ultra Abpraller ich glaube das sind die Ultra nee sind doch nicht die Ultra Abpraller ähm was ist dann eure Taktik Leute ah die haben eine höhere Feuerrate ich glaube das ist deren Ding ja die können sehr leicht meine Schüsse kontern aber ich habe immer noch die höhere Feuerrate zack 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 oh Gott ba 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 Russet Tanks ah ja das ist immer noch auf Englisch habe ich gemerkt Pfirsichfarbenen Panzerverbündeten äh ach da oben die die geben mir ein Schild geil aber ich brauche kein Schild Pfirsichfarbenen aber die geben doch auch den Gegnern Schilde was was soll das dann oh Gott Dauerfeuerabenteuer ich verschaffe mir erstmal ah ne ich habe Verbündete und die haben Verbündete jetzt verstehe ich das ich muss deren Support ausschalten so nehm ich yeah ich habe die Karte gelesen ich dachte das wären vier unzerstörbare aber anscheinend ja ich muss die Supporter ausschalten und da habe ich mich jetzt leer geschossen dann konnte ich gar nicht mehr kontern ach schade dass ich das jetzt nochmal spielen muss ich würde gerne immer frisch das alles zurückgesetzt ist an der Runde gehen weil das nimmt mir ein bisschen den Spielspaß wie euch wahrscheinlich vorstellen könnt los explodier dankeschön ich versuche mal einen normal zu zerstören oh Gott ich habe wieder ein Schild die Gegner haben kein Schild weshalb weil der Cooldown wahrscheinlich gerade gewirkt hat sauber und jetzt muss ich den noch als letztes ausschalten das ist sehr peinlich aber wenn ich schon so was sehe dass wir auch Verbündete haben können ich schmeiße jetzt mal eine Mine zack wenn wir auch Verbündete Supporter haben können plus normale Verbündete dann wird das ja mal ultra geil ich kann mir vorstellen eines der letzten Level wird dann so eine große Panzer Operation werden wie gehe ich das jetzt am besten an erstmal hier die stationären der schwere Panzerkollege den schön immer auf Abstand halten die gelben Minen Raser ausschalten den kurz mal antäuschen und beschäftigen sauber da hinten stand noch einer okay den habe ich gar nicht gesehen und da war noch ein weißer oben der weiße hätte mich jetzt ordentlich auseinander nehmen können als nämlich den da hinten ausgeschaltet habe war das wahrscheinlich ein weißer aber sonst die map ist relativ einfach weil der kann seine Stärke nicht ausspielen im Close Quarters komm her mein weißer wo ist er wo ist er da rechts ist er wieder reingefahren nein ich brauche mal hier eine Mine wo ist der weiße ich sehe den weißen nicht mehr das könnte ein Problem werden ja aber wenigstens ist der Explosions hier auch ein weg hey ich sehe den weißen nicht mehr doch da hinten ist er oh Gott Slalom wo ist er wo ist er da fährt er nein ich bin aber den Schuss gerade weggefahren oh nein jetzt habe ich wieder verkackt scheiße mission 57 versteck und boom ach ja hier hier habe ich wirklich verloren die weißen Panzer erinnern mich dann schon sehr stark an meine Blamasch muss sagen ich hatte hier und da auf manchen Maps eine gute Pace und direkt wird mir einer reingewirrt scheiße ach ich hätte ein bisschen anders spielen müssen hier werde ich erstmal ein bisschen auf Distanz rumballern ja sauber oh Triple kill oh oh geil das heißt es ist noch ein weißer und der explosive Kollege schön zeig mal was du drauf hast ja haben wir schon einmal angekratzt so ja so vielleicht ja okay da war meine Salve ein bisschen zu schnell ja oh Gott dass ich mich damit selbst nicht getroffen habe das grenzt an ein Wunder das Wunder von Bern ja die die armee reformiert okay was für reformen gibt es hier da muss ich mich die armee hat artillerie panzer ich schmeiß mal ein paar minen so nehme ich zack oh Gott oh Gott oh Gott und wie die armee reformiert ich versuche den oben mal ausscheiden ich sollte eher nach links ja jetzt noch nicht nach links jetzt nach links ich habe den oben ausgeschaltet den Schnellfeuerpanzer geil den gelben jawohl gut nein oh die Rakete so jetzt nehme ich erstmal dich auseinander warum ist die explodiert weil ich die gegen eine Wand geschmissen habe oder was so ein Flücht Flüchtigkeitsfehler wenn ich easy peasy vermieden hätte hätten können schauen ob ich den hier auseinandernehmen kann ja jawohl ok ah die minis äh seine Rakete ist glaube ich ah jetzt ist er draußen ich dachte der wäre noch ein bisschen feige feige oh ich sag's euch wenn man die Panzer nicht richtig wertschätzt arme brauner Panzer kein Schmerz oder oh Gott oh Gott wo bin ich denn hier gelandet das Labyrinth und die die Supporter kann ich auch erst als ganz letztes ausschalten und jetzt bauen sie sich auch noch den Weg frei ja und jetzt ausschalten los nein ja doch gut der Kollege wird das nächste Problem werden schade dass die mir kein Dings geben oh Gott das ist nur ein Schwarzer also nur ein ein Rusher und kein Dings kein kein hochexplosiver Typ ich weiß gar nicht wie ich den jetzt auseinandernehmen soll da unten den Raketen Fuzzi hab ich ausgeschaltet ohne es zu wollen geil das ist schon mal wichtig ja oh Gott nein das schmerzt ich hasse solche Karten wo ich nicht warte mal den könnte ich mit einer Mina ausschalten oder werde ich mich mal probieren wenn ich den blauen glaube ich getötet habe ja ich glaube wenn die ganz nah an der Wand sind kann ich die ausschalten ich kann die nur wegschieben okay der wird in die Ecke geschoben ich probiere es nochmal Kamikaze ja ach kacke und das war wie mache ich das jetzt will ich noch unbedingt Level 60 erreichen shit ich glaube wir probieren noch Level 60 damit grinde ich mich nochmal rein so jawohl sauber und jetzt nicht hinfahren und Mine legen sondern Leertaste drücken und jetzt hier abholen ach kacke oh der hat den Schuss gekontert der Drecksack das gemeine ist auch hinter ihm hinter ihm sind die Stopper Schaumstoff oh jetzt bin ich wieder hier und hab vier Leben gut ich stelle mich gut an aber diese strategische lineare Karte da brauche ich wirklich viel Glück und taktische Raffinesse jawohl war es nur ein grauer aber besser als gar nichts gut Menno ich muss mir vornehmen nicht hier direkt zu fahren im Sichtfeld Sichtschatten würde ich fast sagen im Schatten der Bauklötze gut blau keine Ahnung was blau macht keine Ahnung was rot macht der Raketenjochen ist auf jeden Fall erstmal eine Gefahr so scheiße zwei Leben verschwendet für zwei Panzer zerstört das ist doch eine gute Quote ach shit 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 aber wenigstens bin ich hier ganz gut durchgekommen innerhalb von nur fünf Minuten das macht es alles ein bisschen leichter so ja schön hier unten habe ich jetzt glaube ich bessere Chancen äh der blaue fährt vor ach das war der Raketen Heini oh nein der geschilderte ja sauber der geschilderte Speedmaster dass ich den so leicht ausgeschalten habe nein ach Algengrütze Algengrütze da muss ich den auch noch so vernichten das kann ja was werden warte mal der hat die erhöhte Feuerrate und der schildert und das ist ein normaler okay sollte ich hinbekommen sollte ich hinbekommen seht ihr wie der mich anvisiert der hat mit mir persönlich noch ein Hühnchen zu rupfen könnt ihr wissen und hier bei diesen geraden Gängen nehme ich mir mal vor immer gleich wegzufahren damit ich nicht noch irgendwo irgendwie einen eigenen Schuss reinbekomme ah shit jetzt muss ich nochmal schießen damit da Geschichte ist jawohl weil sonst lädt sich das Schild wieder auf huu oder der Schild aber ich bin die Partei die niemals der Schild sagen würde weil es einfach nochmal Schwachsinn ist in meinen Augen so wie schalte ich jetzt den Kollegen aus einfach so okay oh oh und hier vorsichtig sein weil die Schüsse würden mich dann wieder treffen den schalte ich mit einer Mine aus ja okay den kann ich also auch über Bande ausschalten ja oder auch mit der Mine gut wenn das Bandespiel nichts bringt wenn die Nacht fällt ich bin hier unten ich muss durch die schmalen Gänge und da kommt die die Eisenbahn Loks ähm wie soll ich das schaffen oder kommt da die Lok die Zufahrtswege sind eigentlich abgesperrt ne die kommen doch schauen was jetzt passiert das heißt ich müsste jetzt fahren ja ich muss jetzt fahren also die Map sieht auf jeden Fall sehr machbar aus kurz mal verstecken ein Stück nach oben fahren gut und ah jetzt schießt der schon nein die haben noch Abpraller und ich wollte gerade nach unten fahren ihr habt es doch gesehen oh shit jetzt muss ich tryharden das letzte Leben ach kacke und es ist auch noch so eine Special Karte warte mal hier kann ich durchfahren das hab ich gut erkannt kann ich mir ein bisschen Stress ersparen kommen die immer von rechts also jetzt hier auf der Karte ich hoffe doch so und noch ein paar Schüsse aufheben shit ne okay die wechseln also immer Mission 60 ach die musste ich schaffen plus die nächste darauf folgende Mission und da kam der Bosskampf ich glaube so war das oh ich wünschte es wäre Team Schaden an ne der ist gestorben oh mein Gott ach der wurde glaube ich überfahren das kommt ungefähr hin dann warte ich jetzt nochmal die Dings ab die Lok und dann schnappen wir uns ne wir fahren erst nach oben und schnappen uns den dann hier ich glaube das ist ein besserer Plan lebt er noch ja okay das heißt wir aktivieren hier den Minenwurf so jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause jetzt lenken wir den Kollegen ein bisschen ab der schießt schon das heißt wir müssen weiter nach vorne fahren so nämlich ja und dann wieder der Rückzug schön und wir haben es geschafft das war gar nicht der Bosskampf oh mein Gott gut ähm was die haben Seitenschürzen oder was und ich mach nicht den Fehler wieder mit Leertasten an so ne Korkwand zu fahren die laden sich auf oh die teleportieren sich okay wo hat der sich hin teleportiert da oben hin uh interessant ja die Panzer hab ich auch im Wiki gesehen das war ganz witzig ich hab nämlich ein bisschen recherchiert für Thumbnails nach blauem Panzer den Kollegen hätte ich gerne für meinen Thumbnail gehabt äh okay das scheint der stärkste Panzer zu sein ja halbwegs stärkste weil er unberechenbar ist ähm gibt natürlich auch den schnellen Panzer oder den braunen lachsfarbenen mit der hohen Feuerrate der eine ähnlich hohe Feuerrate hat wie ich nur minus eins sag ich mal puh da hab ich mir das Feuerwerk klar verdient Sprengtür oh nein ach da muss ich einmal hin zielen dann hab ich's geschafft okay ich würd sagen dann machen wir das einfach hier so ja jetzt haben wir das schon geschafft ja komm sauber oh ja okay ist nicht der lachsfarbene ist der braune Panzer der braune Panzer ja wir haben einen erledigt den braun jetzt können wir doppelrakiert jetzt können wir ihn ausschalten schön und gar nicht direkt sondern indirekt hab ich ihn irgendwie getötet glaube ich jetzt der schwarze oh World of Tanks Blitz würde ich sagen Wee Tanks Blitz Nahkampf und dann noch mit dem Panzerstoppern hier das kann ja was werden obwohl das sieht mir recht einfach aus äh es sieht mir nicht einfach aus der Kollege wird schwer okay hier kann ich nicht drüber schießen ich bleib erstmal hier in dem Gang versuch zu töten was zu töten geht ja ich sollte nur mal kurz reinlucken und abhauen es war vielleicht ein bisschen zu viel ne doch es war oh mein Gott oh mein Gott der Pro Gamer yeah den hab ich auch noch erledigt und der Weiße lebt noch der Unsichtbare kann ich den braunen unten abschießen ja äh halbwegs ich will aber auch nicht zu nah an meine Deckung fahren ach komm ich glaub der wurde schon ein bisschen verschoben und hier bloß nicht den Fehler machen und direkt gerade nach unten schießen wisst ihr was ich mach einfach den hier oh nein ach kacke ich weiß nicht warum ich den Schuss so schnell verrechnet hab so schnell berechnet hab ist er da unten und ja ok das ist er ach verdammt ich hätte es so schön haben können ich hab gut gespielt hier ich muss mir merken mit den Minen dass man so stationäre Panzer sehr leicht holen kann sauber genau wie den weißen Geisterpanzer mit den dunklen verschmelzen uuh warte mal das waren die Weetang Splits ja genau ok ich hab das Gefühl ich werd noch bis Level 70 spielen und danach gibt's mal eine kleine Pause meinerseits ok ich weiß nicht was der Plan ist ich muss wahrscheinlich näher in den Nahkampf der hat doch kein Tor mehr oder wurde der Turm gerendert oder wurde er nicht gerendert das sah hier nämlich so aus ob da ein Kasematenpanzer war Nebel eklig eklig ich bin hier unten und es gibt einen der beschützt wird es gibt ein neues Theme und wieder nicht direkt gerade nach unten zielen das ist der Tod kleines Salve ja da oben ist irgendwas Größeres explodiert was sich gut angehört hat ne irgendjemand ach der Gelbe verschießt seine Minen ok verstehe oh da unten ist ein brauner ein Gammler ein brauner Gammler oh den Gelben hätte ich jetzt gerne noch getötet das wäre super gewesen ich schau mal was das hier bringt ja wir haben ihn oh mein Gott als ob das geklappt hat plus Schild plus äh dass der super äh stationär war also der hätte übelst mit mir rechnen können jetzt hier noch den Support ausschalten bevor er wegfährt nein oh Gott jetzt darf ich mich nur nicht selber abschießen ich muss sagen ich bin schon ziemlich gut geworden was so meine Fahrkünste anbelangt mit denen kann ich nämlich meine eigenen äh Schüsse dodgen und was soll das hier was nichts verdächtiges äh da passiert doch gleich was oder ja da oben da kommt Teleportpanzer lol lol oh mein Gott die Mine das hat mal irgendwie geklappt nichts verdächtiges das war cool das war ganz nett und er teleportiert sich nach hier oben okay gut abgewehrt gut abgewehrt er teleportiert sich wieder ah mein Schüsse ich hab nicht so ne hohe Feuerrate weil die durch die halbe Map fliegen nein oh Gott mein eigener Abraller aber ich feuere einfach mal ein paar Minen hin nein okay dann warte ich mal ein bisschen oder wir machen es so dann muss ich die Minen gar nicht aktivieren der Höhlenknall warte mal ich bin da und dann muss ich mich so vorarbeiten okay was ist mit dem ach der steht wieder auf so ner komischen Falle wenn mich nicht alles täuscht und Höhle meinen die dieses Filz Schaumstoff Pups das ist ja mies dass die auch noch geschildet werden okay oh der wird fast noch aktiviert der TNT Block so das heißt jetzt haben wir ein bisschen die Arschkarte wie viel wird zerstört sehr viel wird zerstört ja oh mein Gott ja so wie ich es mir gedacht habe die Salve war sehr gut oh 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 Gott oh oh der Gamer der Gamer und jetzt hier ein bisschen gammeln verweile doch du bist so schön oh shit da unten mache ich mir schon auf den Weg das wollte ich noch gar nicht ah shit aber die die fahren außerhalb ihrer Schutzreichweite das ist super gut oh mein Gott habe ich eine geile Salve abgegeben sauber und da unten der letzte Endboss der braune der braune mit der hohen Feuerrate so mein Freund du hast keine hohe Feuerrate ah shit da ist nochmal ein explosiver Jochen der ist vom Aussehen her auch ziemlich cool ich mag es wie viele neue Panzer wir schon gesehen haben der hier kam dazu der Elektro Teleportpanzer kam dazu ich glaube noch ein anderer Panzer kam dazu wenn mich nicht alles täuscht ne das waren glaube ich doch nur die zwei ne der hier kam glaube ich neu dazu in dieser Folge in der noch zweiten Folge so nämlich los 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 ach kacke na gut das hätte ich mir schon fast gedacht gut ich warte nochmal ab bis meine Schüsse fertig sind und jetzt gibt es das stell dich ein dieser Scheiß stell dich ein ich glaube das stand auf der Rückseite der Spieleverpackung von Super Smash Bros. Bro ah was haben wir denn hier oh nein ich muss in Bewegung bleiben okay verstehe ja okay okay muss ich da eine Mine davor schmeißen weil die Palette dasteht ja muss ich okay wir zerstören erst die kleineren obwohl der kleinere der ist ganz schön gut versteckt oh super nein bin ich irgendwo reingefallen aber nicht schlimm wir haben noch zwei Leben und haben nur noch drei Panzer ah jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder vorarbeiten und dann haben wir noch einen roten und der Artilleriepanzer ach der Artilleriepanzer der kam auch noch dazu also wir haben den Artilleriepanzer den Teleportationspanzer und der mit der APHE würde ich sagen wir selber verschießen nur AP ja nur AP was hat die eine Rakete da gemacht die ist komplett außerhalb der Map geflogen das war sehr witzig ich weiß immer nicht was das blinken bedeutet nicht mal schön auf Distanz bleiben aber das blinken war glaube ich wenn ich seine Munition treffe sauber und jetzt ihn clever eliminieren nein und wir haben wieder nur einen Panzer eliminiert ach jetzt muss ich wirklich noch zwei Level schaffen ja ach kacke oh ich hau mal ein bisschen ab ich weiß nicht ob die 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 Raketen mich nur treffen können wenn die einschlagen oder wie die deren Hitbox ist das wüsste ich gerne Entschuldigung so jetzt nee da fahre ich in den Nahkampf genau so ein bisschen noch mehr in den Nahkampf und jetzt weil da ist er schutzlos ausgelöst und ihn den Roten auch mitnehmen nein okay aber wir haben ihn gut in die Ecke gedrängt oh das war auch wieder knapper als knapp Elektropanzertore och ne och ne ich bin hier unten okay was heißt eigentlich Elektropanzertore kann mir das mal jemand erklären wir werden auf jeden Fall erstmal über einen Winkel schießen ich sollte ich darf auch nicht zu viel meiner Munition verschießen damit ich immer noch so einen Jochen auseinander nehmen kann ich bin ich hab mich leer geschossen oh okay jetzt vorsichtig sein hier oben steht jemand den haben sie gut versteckt ähm ich schau mir erstmal das hier hinten an was das soll sind das deren Spulen ach das sind so Abpraller ach da da fliegen die Schüsse schneller okay okay davor hab ich ein bisschen sehr viel Schiss hier kann ich nicht durchschießen gell ja hat sich da ein Loch geändert ne das ist immer noch symmetrisch okay ich glaub dann sollte es damit gewesen sein oh ne der macht doch jetzt irgendeine Scheiße mit mir oder aah okay die fliegen einfach nur schneller ja oh Gott kommt mir nicht mit irgendwelchen Gimmicks Elektro-König ach nee der Boss oh Gott und jetzt kommt auch noch irgendein cooler Techno ich glaub die Felder machen auch noch Schaden wenn ich da drauf fahre ich müsste ein bisschen in den Nahkampf und seine Elektro-Attacke kann ich nicht angreifen wow das war ja sehr spaßig ach nee gerade vor dem Boss aber gut ähm weil es ein Boss war musste ich scheitern habt ihr gesehen wie wenig oder der hat gar keinen Schaden genommen weil ich so schlecht geschossen hab weil ich nicht wusste was mich erwartet und weil ich ihn nicht in der Ecke drängen konnte und damit würde ich sagen war es das auch mit der zweiten Folge bis zum nächsten Mal ciao ciao